Hey Leute, hier wieder bei Kleiner Kobo und Co. Heute wollen wir hier gucken, wie es bei Meck, äh, bei Meck, sag ich schon, bei Kobo und Lakritz aussieht. Jetzt habe ich ja letztens gesagt, dass wir da später nochmal nachgucken. Auch wenn ich so ein bisschen verpeilt bin, seht es mir nicht so böse. Ich stehe ein bisschen unter Schmerzmittel, aber egal. Wir gucken jetzt mal hier bei den Hasen, wenn sie denn überhaupt hier draußen sind. Das weiß ich nämlich nicht, aber wir gucken mal. Ja, ich weiß, ich musste hier mal wieder sauber machen. Aber wir gucken mal. Da ist eine Krebs. Und da ist Kobo. Na, jetzt war ich, mischelt ihr schön. Eben, was ich noch sagen wollte, Kobo ist jetzt kastriert. Er war auch die Woche über ziemlich aggressiv zu den Kleinen, deswegen musste ich sie vorher trennen. Na, da krieg's. Und jetzt verstehen sie sich seit gestern wieder. Gut sei Dank, sonst wäre ich echt verzweifelt gewesen. Und ich werde heute wahrscheinlich mal gucken, ob ich sie ihn kriege, den Balkon nochmal saugen. Hi, Jengels. Ja. Und ja, das ist ein Grill, falls ihr mich fragen wollt. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.